Also wir sind heute hier an der Schule Ambaia, der katholischen Schule Ambaia, und stellen unser Buch San und Mudo vor. Und freuen uns auch die nächsten Tage noch an anderen Schulen das Ganze vorzuführen. Das ist ein Buch zum Mitmachen, ein Kinderbilderbuch zum Mitmachen. Das ist sozusagen das Besondere daran. Es geht darum, dass San sich im Wald verläuft und dort dann Tieren begegnet, von denen er unterschiedliche Dinge lernt und dann sozusagen am Ende den Weg aus dem Wald herausfindet und auf dem Weg von den unterschiedlichen Tieren nützliche Dinge lernt, um am Ende sozusagen sein Ziel zu erreichen. Die Tiere zeigen San dann so unterschiedliche Übungen und jedem Tier ist eine Übung zugeordnet und diese Übung machen wir dann hier vor Ort zusammen mit den Kindern. Es ist einfach da sozusagen die Idee, dass sich Kinder auch viel bewegen sollen und das sozusagen wichtig ist für ein gesundes, glückliches Leben.